Ich bin sehr gespannt, wohin uns dieses Spiel noch führt. Was wir hier noch erleben auf unserem Weg nach Hilheim, das Reich der Toten. Auf dem Fall klettern wir jetzt hier ein bisschen. Oh, eine Rune. Oh, es wird verletzt. Wenn ich nicht. Ich bin ein von ihnen. Dann聞ke. Ich hatte nur eine Erschung, das war mir länger. Das ist er. Ich will sie mir immer wieder aufhören. Ich will sie mich wieder aufhören. Ich will sie nicht in die Hörnerin. Sie sind nur ein Membrister. Druth. Sie sind hier. Sie sind hier. Sie sind hier. Sie sind hier für meine Geschichte von die Nordmann. Sie sind hier, Druth. Sie sind hier. Er ist ein alter. Old fool! Truth is my truth. It's good to see you again. You kept your vow. ...to guide you in this life and the next. I will tell you my stories of hell, if I may walk with you. Tell me your stories again, old friend. I'm listening. The runes seal the gates to hell. Focus your inner eye. And you too will see what's hidden in plain sight. Look really clearly. I can see one. Hold it in your mind's eye. Find one like it to open the gate. ... Shh. Shhhh... Okay. Die Steuerung ist grad... ...is bisschen... ...merkwürdig. ... doch kann das super aufgeleuchtet also ich weiß nicht ob ihr den den schwachen umriss von dieser rune jetzt seht ich muss diese rune jetzt irgendwie einfach die nehmen wie weit muss ich jetzt zurück aber das jetzt das ist ein gutes zeichen und handlich ich finde das endlich ok umdrehen auch aber es macht ja keinen sinn jetzt hier weg zu gehen oder um es ist es 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 ich könnte die spiegelung hier unten nehmen die es jetzt nicht mehr gibt ok wo ist dieses end ich meine auch das komplette tor ergibt ja kein end es ist es ist es ist es es ist es es ist Es ist hinter dem Gain. Where will it take you? It's not safe. It worked! Ich habe sechs Jahre in der Hölle gespürt. Aber ich habe die Northmen gesehen. Ich habe ihre Weise gelernt. Ich weiß, dass du das. Du hörst? Wenn alle anderen lachen, meine Leute betreffen. Ich bringe meine Geschichte mit dir. Und zusammen wir werden die Northmen fühlen. Eine andere Person mit uns. Sie versucht sie zu gehen. Sie versucht sie nicht zu sein. Aber was ist das? Wenn wir immer hier sind. Die Konstruktion hier sieht mir nicht besonders vertrauenswürdig aus. Deine Angst sind ja die tröne. Aber schief sie nicht. Ja. Es ist völlig fertig. Oder wie es ist. Oder wie es passiert. Die boot. Irrisch sind für dich. Auch. Ich glaube, man könnte tatsächlich runterfallen, wenn man nicht gut balanciert. Sie sterben von Krankheit, Zeitung und Selbstslautern. In allen den neigen Worlds, nur Hela kann die Todesrechte zurückkehren. Für Hela, deine Dillian wurde gegründet. Und mit ihr, du solltest mit ihr arbeiten. Das Spiel sagt mir aber schon sehr genau, wo ich langlaufen muss. Was ich aber nicht verkehrt finde. Da besteht wenigstens nicht die Gefahr, dass ich mich auch noch verlaufe, wenn ich schon die Tore nicht geöffnet bekomme. Oh, das sieht aus wie in einer Arena. Oh, hat er gerade wieder gelaggt. Die Zeit, die Leben und die Todesrechte. Ist das die Gesicht von Hela selbst? Die half-rotten Gottes, die über Helheim. Whatever Horrors liegen hinter der Tür, sie muss ihn finden. Sie müssen ihn finden. Shhh. Someone ist hier. Sie. Sie... Sie haben ihn von mir. Ich lese dich. Sie lassen ihn weg. I'll give you what you want. I won't resist anymore. Just give him back. I'll give you what you want. I'll give you what you want. I'll give you what you want. Why is that on the right side? I don't like that, if everything is on the right side. But okay. Okay. Ausweichen ist A. Yeah. I'll give you what you want. 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 Das ist eine große Herausforderung. Das ist was Dillian taught ihr. Mit jeder Verkaufnahme, die Schmerzen wird, und es wird bald verletzt werden. Aber für jetzt ist es, sie hat sie noch kontrolliert. Und sie wird ihre Beile, Whatever the cost. He's not right. Listen to me, Sinema. The goddess Hela lies behind the gate to Helheim. To open the gate, you must first face the gods that guard it. The god of fire, Surt. And the god of illusion, Valraven. Spill their blood to open the gate to Helheim and enter the land of the dead. It won't open. Ähm, hab ich das gerade richtig verstanden? Wenn ich zu oft sterbe in Kämpfen, dann gibt's eine Art Hermadev. Also, dann muss ich das Spiel von vorne anfangen? Äh. Das hat man mir vorher nicht gesagt. Steigt der Druck. Which one? The northmen say that in the beginning, there was nothing but darkness. Bitter cold to the north, fiery hot to the south. They say the cold formed ice, which melted from the sparks from the south. The power of the darkness gave life to the dripping ice, and the first giant was born, and was named Ymir. The ice continued to drip, and the power of the void gave life to it, and it became a cow, whose milk fed the giant. Damit hab ich nicht gerechnet, nee. Aber mir fällt grad auf, ähm, es gibt anscheinend noch einige von diesen Steinen, denn das ist ja jetzt der vierte Stein, den wir gefunden haben. Und, ähm, ja, es sind vier Runen, die weiß leuchten in diesem Kreis, also SMMC. Da gibt's noch einige Steine zu entdecken.